Ja, hallo. Scheiße, schon wieder mit Maske. Hallo Leute, hier, Tagebuch. Äh, ich komm fertig. Zumindest mit der ersten Schicht. Joa, so sieht das aus. Das ist das neue Rückteil. Hier haben wir alle Dinger. Schön Matsch-Schwarz. Hier haben wir die Stange. Das ist die Lenkstange vorne. Die sieht richtig geil aus. Wird mit dem Stoßdarmtraum Matsch-Schwarz richtig pervers aussehen. So, jetzt haben wir hier das Seitenteil. Sieht auch richtig geil aus. Das ist noch ein bisschen feucht. Genauso wie das zweite. Da ist die Steine kaputt gewesen bei dem. Sieht man gar nicht mehr. Ja, das sind jetzt die Seitenteile, die trocknen jetzt. Eine Stunde ungefähr. Dann mache ich eine zweite Schicht drüber. Hier auch die Wellen, alle ordentlich gemacht. Kein Frisch an der Arbeit. Das da drin ist egal, weil da eh die Scheinwerfer reinkommen. Ja, alles super geworden. Schön gleichmäßig, alles schön schwarz. Ist noch ein bisschen feucht. Aber sieht richtig geil aus. Und das alles mit Handsprühdosen. Ja, zwei sind schon alle. Und das ist der Raum ungefähr. Da ist die Stange. Die trocknet da jetzt gemütlich in der Ecke. In die zwei Seitenteile. Der Unterbau. Die Rückabdeckung. Und die Front. Jo, das trocknet jetzt hier erstmal, wie sagt man eine Stunde. Und dann kommt eine zweite Schicht drüber. Und dann wird das durchtrocknen bis nachts. Und morgens kommt dann Klarlack drüber. Jo. Gut, das war mein Tagebuch. Und wir sehen uns dann wohl beim Klarlack wieder. Ich bin's, euer Leser. Bis dann. Tschüss.